Oh, wie war's auf einfach? Wirklich? Oh, der Thornwerfer ist weg. Oh, schade. Ich glaube, es ist alles weg, ne? Ja, ja. Aber hier war... nicht hier ein BSA... eins jetzt raus. Wieso muss ich das denn mal gucken? Da ist es doch schon. Ich hab's schon. Schon gut. Wo? Da hinter dem Ventilateur war's. Ah ja, ich seh die Reste noch. Ich wusste es, irgendwo war es hier. Hier gibt es aber... Wo sind es hier? Fünf? Hier gab's viele, ja? Wo sind wir denn? Ich weiß nicht. Drei, fünf? Zwei große Ventilatoren. Hinter dem Rechten versteckt sich eins. Jo, das war der. Fünf, drei... Mir gibt's insgesamt drei Stück, also noch zwei. Oh, ich hätte mir ein Heel mitnehmen können. Bevor sie die runde Plattform in Gang setzen, gehen sie zum östlichen Rand, nehmen das... Ja, genau. Das, was du wahrscheinlich meintest. Ziehen auf den Kontrollstand über ihn. Jo. Ey, ich sag ja, da kommen wir wohl nochmal zurück in das Ding. Das... Wus ich jetzt nicht mehr genau. Was hast du aufgenommen? Irgendwas vibriert an meinem Arsch. Ah, ich sitze auf meinem Handy. Ey! Ey! Wollte ich aufnehmen. Wollte, wollte. Was war denn das? Was hab ich denn... Ich hab... Ich hab... Okay, Maschinengewehr hab ich... Ja, ein Safe. Oh geil. Ich muss dir sagen, also die Sniper ist immer... Es ist eigentlich trotzdem noch meine Lieblingswaffe. Die Sniper. Ja, stöhnen, Baby. Stöhnen. Komm, noch ein bisschen laufen. Lauf noch ein bisschen... Ist dir das Gamepad aus der Hand geflogen? Bier? Bier, was? Bier? Nein. Bier? Bier, ja, Bier ist immer gut. Nee, das ist auch mein Handy. Schalke hat verloren. Äh, gewonnen. Geil, gegen wen? Hoffenheim. Oh, warum? Es war... War aber knapp. Irgendwie das, äh, ins Tor geklitscht, der Ball. War ein bisschen glücklich, wie es ein Hoffenheimer erweinte. Ich fand es immer irgendwie ein bisschen glücklich, aber... Ah, es war schon ein bisschen glücklich. Sehr glücklich. Bisschen viel, sehr glücklich. Sehr, sehr viel glücklich. Oh, Licker-Attack. 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 Hast du die Magnum dabei? Eigentlich? Nee. Okay. Keine Licker. Oh, nein. Warum hast du keine Magnum dabei? Oh, hier. Das wird eine ganz miese Sache. Oh, der Snipert einer. Oh, zwei mit einem Schuss. Es gab keinen Erfolg. Toll. Das war schon. Oh, ich liebe diese Waffe. Die ist so geil. Ich bin so geil. Bist du auch geil? Oh, wir sind so geil. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Kann das sein? Habe ich so selber das Gefühl? Nein, nein. Ich habe zu viel Cola getrunken. Ja, das wärs. Elektrogranaten. Ja. Cool. Jetzt können wir die auch kaufen. Bam. Okay, du triggerst und ich, äh. Ich bin eben schon vorbeigelaufen. Da waren du. Ja, aber wirst du da jetzt, ähm. Ich meine, dass an der Ecke das kommt. Ja, sag ich doch. Boah, ich finde diesen Schämen, diesen Rauch, was das Vieh dann so macht. Das finde ich sehr geil. Nein, ich habe dann eben geschossen. Nein, ich habe dann eben geschossen. Ich will dir nicht sagen, aber der, der ist echt ein bisschen imbar. Was, die? Der Schocker. Ja gut, aber du, ich halte die halt da mit dem Stunlock, aber wirklich was. Gehen? Fücher bei dem nicht. Naja, aber es ist schon, schon krass. Also, ich habe den früher nie, ich habe den nie benutzt. Aber der ist schon echt, ähm, sehr wirkungsvoll. Oh, wenn du den gerade getroffen hast. Fuck. Oh. Du schießt aber auch immer auf den Kopf. Ja. Da ist irgendwo noch einer. Also drüben bestehen noch einige. Ja. Oh, scheiße. Da kommt ein Schlängel. Da kommt ein Schlängel. Da kommt ein Schlängel. Da kommt ein Schlängel, Johnny. U Single. ,... Ähm ... ... ... auf jeden fall bedeuten schneller wenn wir uns nach dem ding orientieren habe ich eben gemacht ja aber das hat also was ich damit sagen wollte ist dass das rumgehackert auf dem ding halt nichts bringt nein nein das ist nicht aber es hat halt nicht getroffen ne dich ja warte hier geht es noch aber kein dach muss noch hier hin soll erst mal anmachen bämm das habe ich natürlich gerade auf den genommen ich wollte ja nicht schenipa liegt zweimal noch gewehrmonie soll ich die schenipa nehmen eine sege aber mir ist egal kann ich auch nehmen ja ich glaube die wand die erste ist immer noch die geilste genauso wie mit den anderen sachen die pistole die erste episode ist auch die geilste ja ja oh hinter uns oh fuck hinter uns oh fuck ähm wo bist du hin oh ok ah das war fix da ah ja die können einen one hitten ja ich weiß aber nicht was da irgendwie explodiert ist bei mir boah krass müssen wir das müssen wir komplett neu machen ne ok ich nehme mal einen heal mit bei mir sowieso auch ziemlich angeschlagen sind oder du hast ja so viele die hielst ne hast du gesagt und dann nimm du mal mit ich nehme mal so einen halben mal mit für das rote elektrogranaten kannst du jetzt auch mitnehmen und ich nehme glaube die ist noch nicht abgegradet aber die meckung dafür mitzunehmen finde ich eigentlich ja das muss nicht unbedingt aber ich könnte trotzdem wieder den granite launcher mitnehmen ich denke mal die säure müsste doch gegen so viecher oder brand kommt hässlich mal schon bisschen krass dass wir jetzt noch mal komplett neu machen müssen soll ich dann gemixtes kraut nehmen ja mach mal dann haben wir gleich dann wieder neues auch achte um die gattling ach nicht gattling maschinengewertypen ach nicht gattling maschinengewertypen ach nicht gattling maschinengewertypen mussten wir die ähm die dinge eigentlich einmal looten um die kaufbar zu machen zu haben kann sein ja da war ich schon drin Oh, die haben was gedroppt. Okay, das wird mir eh nicht dran kommen. Ja, wenn du direkt auf den Bauch schießen kannst, dann... Du bist voll, deswegen kann ich dir nichts geben, ne? Krass, ich bin nicht schon voll. Achso, die Blendgranate. Die können wir vielleicht hierfür noch nutzen. Ja. Ansonsten kannst du mir die Pistole geben. Und jetzt auch die Blendgranate, du brauchst jetzt eh noch ein... Oh, ne. Das Crowd. Oh, jetzt nimm ich's aber. Mir egal. Ne, ich hab's gekauft, nimm ruhig. Ja, äh... Haben wir alles? Ja, ne? Du hast doch gar keinen Platz. Ja, ich wollte die Blendgranate tauschen. Brauchst du die... Die Ammo nicht. Hinter dir liegt auch noch, ne? Ja. Ja. Sollen wir hier wieder zurücklaufen, oder? Ja, wäre Klauschen eine gute Idee. Wir können auch das hier direkt weg machen. Dann geh... Willst du hier bleiben? Oh, das geht nicht. Oh, das geht nicht. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Das ist doch cool. Oh, das war ein Treffer. Ins Herz. Oh, fuck. Da kommen die schon. Ah, die explodieren. Ja, die explodieren. Das war das. Boah. Ja. Warum war der so schnell tot? Weil ich ihm auch zweimal seitlich in den Kopf geschossen hab. Fand der wohl auch nicht so lustig. Ah, das würde ich sagen, sind dann die kritischen Treffer, oder? Ja. Innen steht noch einer. Aber das Ding, das Fieber echt schnell kaputt. Willst du decken? Dann, weil ich bin im Vanaka wahrscheinlich ein bisschen besser. Was soll ich decken? Deck ich mit der Pistole, oder? Ach so, meinst du? Ja, dann. Oh, ein Schild-Typ. Das. Hast du den? Ja. Oh, der hat einen Raketenwerfer. Den sollten wir ziemlich schnell wegmachen. Oh, ja. Oh, mit einem Laserpointer aus der Rakete. Oh, das ist doch einer mit Raketenwerfer. Oh, die haben eine scheiß Schutzwässer. Ja, ich schieße die mit dem Spiner, da kommt das Zeug aus dem Kopf. Hier hinten bei mir liegt noch... Oh, da gibt es einige. Boah, der ist explodiert. Ja, der hat eine Sprengwässer an. Ich habe den gemessert und dann gesagt, boom. Was sollen wir hier rumlaufen? Äh, ich habe hier noch Tüchter. Ja, lauf wir einfach weiter hier. Zurück. Was ist denn hier? Äh, Pistole und äh, Gewehr. Ja. Okay. Hättest du aber ruhig mitnehmen können. Irgendwas ist hier noch. Ach, da steht einer. Oh, noch eine Rakete. Oh, da kommt die Tür raus, oder? Peter, siehst du den? Ja, ein bisschen sehe ich. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Aber da müsste eigentlich noch einer sein. Oh, ja, da schießt er auch schon. In dem, äh, in dem Ding. Hier liegt Schrotgewehr, Muni. Ah! Wo ist... Ah, da ist der. Ach, da ist... Klaas. Oh, da kommt, da kommt die ganze Bande. Mit Schildern. Ja, der Typ hat ein Stahlhelm auf. Da machst du nix gegen. Juck den nicht mal. Die Stahlhelm hätten sie mal früher gebraucht. Oh, Magnumonien. Oh, ja. Da... Schiegt direkt einer mit dem... Rasierer. Machst du die Tür auf? Ich schieße rein. Okay. Ja. Oh, da geht die Tür schneller zu als... Oh, da geht die Tür schneller zu als... Ich habe einfach durchgeschrieben. Schossen. Wie das aussah von Seiten. Die Tür geht so... Kann der irgendwie nicht so lustig wie dir, glaube ich. Das sah auf jeden Fall sehr geil aus. Oh, ist da hinten ein Emblem? Hab ich da ein Emblem? Ne. Achso, das nächste ist das erste hinten, ne? Wo ich eben schon meinte. Jo, genau. Hier liegt Gewehrmunition. Sollen wir hier ein grünes Kraut annehmen? Ja, dann wäre grundsätzlich eigentlich nicht verkehrt, oder? Jo. Also ich meine... Na, ich bin voll. Ja, ich äh auch. Ich bin auch gerade am überlegen. Ich schmeiß doch die Granaten weg. Die sind eh nicht so toll. Kann man auch schwer eigentlich auch gar nicht mehr gebrauchen. Oder ich schmeiß die Pistolen-Muni weg. Ich meine, die brauchen wir im Prinzip... Müssen wir die ja auch nicht sammeln. Weil wir bald eh... Unendlich Muni die mal mitkriegen. Ja, dann äh... Tun wir die noch. Okay. Ja, Magnum und so ist natürlich... Da sollte man natürlich verhalten. Ja, Magnum ist halt... Also wenn du die wegschmeißt, schieße ich dich. Eigentlich. Ja, das äh... Hier liegt Gewehrmunition. Das mach ich dann auch mit... Mit meinem... Sniper mach ich das schon. Hallo, ist hier jemand? Nein. Grünes Licht. Was macht das? Ist löscht blau. Idiot! Ach, damit hast du jetzt nicht ge... Oh... Oh, ein grünes Grau. Ich glaube da ist noch... Hier ist bestimmt noch ein grünes Grau drin. Oder hier. Oder vielleicht... Hier. Oder vielleicht... Oh, ist noch jemand. Ich dachte, kann man das schon hier sehen oder? Naja, es müsste... Ja, in der Mitte da oben sein. Das kann man noch nicht sehen. Ne, in einem von diesen Dingern. Ich weiß nicht wo. Jaja. Ich glaube wir müssen erst runter fahren. Gewehr Muni. Zweimal. Ja, die liegt auch nicht ohne Grund jetzt hier. Eigentlich hättest du die Sniper holen müssen eben. Dann hättest du jetzt übrigens auch eine. Ja, aber du bist ja immer so ein Grabber. Nein. Das lag einfach in meinem Inventar. Gehen sie zum östlichen Rand. Ja, ich glaube das ist unter uns. Da müssen wir erst, wenn wir eins runter fahren. Ja, nachdem sie die Plattform in Gang gesetzt haben. Östlicher Randweg hier. Jo. Ne, da ist es auch schon. Ah ja, ich sehe es gerade, ja. Na ja, gut, dass wir es nicht in Gang gesetzt haben. Wir werden hochgefahren, ne? Ah ja, wir fahren hoch. Okay. Und da steht ihr hier hoch. Hände die in Gang sitzen. Dann ähm. Ach da, ach da. Das ist auch geil. Guck mal wie ich mit der Pistole in Richtung zeige. Hast du es gesehen? Ja. Gehe ich schon mal, ja. Die schießen. Es wäre eine Schusswässer eigentlich gar nicht so verkehrt hier gewesen, ne? Ja. Oh, hier habe ich immer Kunstschießen gemacht. Oh, dein Kopf ist im Weg. Ja. Warum stehst du auf dem Dreck hier? Ich habe Angst. Oh, du hast ein Blut auf dem Arm. Oh, du hast ein Täti. Müssen wir jetzt die Plattform wieder in Gang setzen? Ja, es kann sein. It's stopped. Oh, noch ein Blitzmerker. Das wäre nur nachgeredet. Wow, hast du den erwischt? Bam. Headshot. Die haben Stahlhelme auf, das kann gar nicht sein. Ein Überlebende vom zweiten Weltkrieg. Dank dem Helm. Dank dem Helm, ja. Ja, es wird doch bei Soldat James Ryan so schön gezeigt, ne? Wo der Typ so einen Abpraller abkriegt an den Helm. Und dann zieht ihr den noch aus. Das ist so geil. Ah, zwei habe ich. Wo sind die anderen? Da unten. Den habe ich auch. Ah, da ist der. Uh, das war ein Heller. Das war ein Heller. Das war ein Heller. Oh, das kommt mir vor, als wäre das Stormtrooper. Ich wurde nicht einmal getroffen. Oh, da oben. Kommen sie lang. Boah. Blutbeuge. Oh, oh. Boah. Boah, krass. Warst du das? Nee, gell? Na, die hat gesessen. Ach, du scheiß Ficker Helm. Oh, Magnumonie. Oh. Oh, habe ich heute gelesen. Von Spaceballs. Das ist ein zweiter Teil in Arbeit. Habe ich eben gelesen, dass er das gelesen hat. Geil, ne? Wie geil. Spaceballs. Geil. Ja, das ist dann Space Bullocken. We want to find out. We're gonna have to lower that bridge. And we need to locate the controls. And maybe they're in that building. Oh, shit. Ich wusste, ich hätte Säuerkanaten mitnehmen sollen. Hattest du nicht Elektro-Dinger gefunden? Ja. Wie legt ihr Wärmony? Okay. Hier ist ein Heal. Boah. Scheiß Gewärmony. Ich troppe die auch wieder. Ich habe 50 Schuss im Magazin. Was hast du denn da? Pistolen-Mony? Sechs Stück. Die Magnum. Hast du die Gewärmony auch genommen? Ja. Also hier, das ist ein harter Part, finde ich. Zumindest habe ich jetzt. Jetzt hätte ich gerne eine Magnum. Ach, dein Loll. Weil das gab nicht echt ein paar fiese... Wir müssen uns auch trennen. Da klitzert. Da klitzert. Sind auch irgendwie immer an derselben Stelle. Der war gut, wa? Meine Innenseite verriegelt. Da hängt übrigens auch einer. Wo? Oder ist das eine Birne? Jetzt glaube ich eine Glühbirne, ne? Ne. Boah, das ist aber ein fetter Ding. Fettes Teil. Hey, ist ein Klo? Ne. Takt, Frau Zaun. Ähm, okay. Ich weiß nicht, was besser ist. Aber ich glaube, der eng gegangen wäre für mich besser gewesen. Ich mag es eng. Was? Wo muss ich dich denn jetzt hängen? Boah, wieviel Schuss die mit der Sniper auch aushalten. Lick it, Baby. Hast du eure Probleme? Ne, bei mir kam keiner. Zumindest noch nicht. Boah, ich habe nicht getroffen. Ja, die anderen zwei, die hochkommen wollten, habe ich runtergeschossen. Die kommen, glaube ich, nicht mehr. Säuregranaten. Jo. Cool, die kommen echt nicht mehr. Jetzt kommen sie, glaube ich, nochmal da irgendwo hoch. Hat sich nicht irgendwo ein Stein runtergeschossen? Nee, nee, ja, der ist unten, wenn wir rausgehen. Oh, und Achtung, da kommt einer hoch. Der wollte hoch. Ich habe es gehört, aber ich... Der ist nochmal so richtig hochgeflogen und dann wieder runter. Oh, hinter dir ist einer hoch, zwei sind hoch. Oh, da ist noch einer. Oh, das ist zu schnell, zu viel. Es sind drei, drei sind, glaube ich, oben. Oder vier sogar. Oh, nee, noch mehr. Boah, das sind richtig viele hoch. Ja, ein Stück aufhalten. Ja, ja, also viele sind schon durch. Ich kann da leider nicht viel machen. Oh, jetzt kommt sie zu mir. Habt ihr getroffen? Die Brandgranate. Ja, Brand bringt irgendwie nicht viel. Und mit der ersten Mal raus, macht die Tür auf. Dann helfe ich dir eben. Oh, nee, du bist. Oh, nee, ich bin zehnmal. Oh, nee. Okay, boom. Das juckt die sowas von gar nicht, ey. Ich habe die so krass, so schwer nicht mehr in Erinnerung, dass sie irgendwie so gar nicht kaputt gehen wollen. Ich weiß auch gar nicht, mit was du die irgendwie platt machen sollst, weil... Ja, mit Säure war bisher eigentlich immer am besten.